Ich hoffe, der tut mir nichts. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich schieße mich, wie ich mich wehren kann. Neutral. Gag-Amulett. Interessant. Okay, ich habe die Vermutung, dass ich vielleicht diese komische rote Kugel gebraucht hätte. Kohlenstoff zerstören. Zum einen Ausschalten der Taschenlampe. Aha. Scanner kritisch beschädigt. Was brauche ich denn dafür? Kohlenstoff. 25 Stück. Ja, 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 ist gut. Lass mich. Was war das hier? Oh, Kohlenstoff. Das Ding ist abgehauen, ne? Ne. Boah, das ist doch ein bisschen empfindlich gerade. Warte mal. Warte, 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 warte. Ich mache mal auf 60. Alla Anfang ist schwer. So, wie kann ich denn... So, nö. So, nö. Hallo. So. Okay. Ich habe jetzt dreimal Kohlenstoff gesimmelt. Und nochmal viermal. Das ist ja schön. Dann können wir mal den Scanner gleich reparieren. Ich hoffe, mir tut hier nichts was, weil ich habe ja gehört, hier sollen ja so irgendwie... Was ist denn das? Sentinels, also Wächter rumrennen. Die sind da ja nicht gerade erpicht drauf, wenn man hier die Umgebung auseinander haut. Ich höre... Was? Was ist denn das? Ich höre Dinge. Geh mal weg jetzt. Was denn? Ich habe doch hier noch Darsen-Unkraut. Oh, okay. Alter, äh, ganz ehrlich, alter, ey. Diese ganzen komischen Grasbewegungen, die irritieren akut. Ich setze mal wieder auf 50. Ich muss mich, glaube ich, damit ein bisschen mehr gewöhnen. Wieder viermal Kohlenstoff. Eisen von kleinen Fersen sammeln. Äh, Raumschiff. Exoanzug. Wir haben Kohlenstoff gesammelt. 200... Wichtiges und ergebliches Element zum Aufladen von Waffen, Bergbauausrüstung und Exoanzug, Lebenserhaltung. Planeten... Entschuldigung. In Planetenbäumen und anderer Vegetation zu finden. Sammle Elemente. Äh, in der Tagigenstelle Bewegung stapeln. Okay, was ist das hier? Glücksbringer-Amulett, das von vielen galaktischen Händlern getragen wird. Ich stelle Produkte in den Notarplätzen her. Insgesamt 11.000 Unit. Was ist das Ding wert, oder was? Und Herox. Eine kombinierte Legierung, die von der Pharmakologie bis zur Schwerindustrie überall zum Einsatz kommt. Sie bildet das Rückgrat des galaktischen Legierungshandels. Ist 2.887 Units. Wert, vermute ich mal. Warum steht da denn 1 von 1? Brauche ich das für irgendwas? Hier brauche ich so Tog mit. Brauche ich gar nichts. Was brauche ich hier? Zink-Titan- und Schildsplitter. Fürs Defektor-Schild. Ach, oh, der ist gut. Der kann ich hier sehen. 10-Kiridium. Karitplatte. Ja. Multi-Werkzeug. Dafür brauche ich Kohlensstoff und Eisen brauche ich auch. Und für das Ding brauche ich Isotop. Okay, also ich muss auch Isotop zwischen. Wir müssen eigentlich alles sammeln, was hier so kreucht und fleucht, glaube ich. Darauf noch ein Stückchen Kaffee. Das Ding wird ja auch... Es wird dunkel. Kann ich irgendwo schlafen? Wow. Die Lampe... Wo möchte ich die hin, Alter? Ich frage mich gerade, ob ich den D1-Patch schon drauf habe. Was soll das hier so aussehen? Oh, was ist denn da oben? Das da sieht interessant aus. Da will ich hier dann kann ich... Achso, nee. Okay. Kann ich auch schnell laufen. Was macht der da? Ist das schnelles Laufen? Fass du aus. Die Musik ist nicht einladend. Halt. Was ist in dem gezuppelt? Auch Kohlensstoff. Boah, das gab richtig Kohlensstoff, Alter. Können wir gleich mal den Scanner reparieren hier. Äh, reparieren. Sehr schön. Was brauchen wir noch? Eisen. Ah, da sieht es nach Energie aus. Danach Alchemie. Interessant. Schönes Plutonium. Oh, das brauchen wir. Ich nehme es mit. Boah, 45 Mal. Sehr nice. Oh, das Eisen. Eisen brauchen wir auch. Ganz drinnen. Ist hier drin. Hex. Der ist einfach nur da. Boah, das dauert aber ewig. Halt, halt, halt. Das Ding. Ach, das überhitzt auch noch. Ist ja toll. Was? Wie war es? Lebenserhaltung. Wo sind das? 75 Prozent. Was brauchen wir dafür? Isotope. Wo soll ich den Isotope hier kriegen? Ich sammle hier erstmal ein bisschen draus. Das Wetter hört sich irgendwie nicht ein Land an, oder? Eisen, Eisen. Ist es hier irgendwo Isotope? Das sieht nicht Isotope aus. Was ist das hier für die Kohlenstoff? Okay. Oh, halt da. Ah, Isotope. Ach, das ist Isotope. Nehme natürlich mit. Isotope und... Ist schon wieder Eisen. Geh weg. Plutonium, Isotope. Ich habe, glaube ich, auch sowas wie ein Farnungsherrscher. Wah. Wah. Lass mich. Geh weg. Hallo. Oh, oh. Tu mir nichts. Geh du mir. Was? Was? Nein. Nein. Lass mich. Ich bin nicht... Ich bin unbewaffnet. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Ah, der schießt auf mich. Der Penner. Fahr zur Hölle. Geh weg. Was ist das für ein Scheißvieh? Mach den kaputt, Junge. Was geht noch? Plutonium. Das zählt als Isotope oder? Verfolgt der mich? Geh weg. Ne, Farnungsherrscher ist wieder weg. Lebenserhaltung. Mit Isotopelementen auf. Woran sehe ich denn? Sind das Isotopelemente? Ach, das steht da oben sogar. Sehr schön. Oxidelement. Ähm... Multiwerkzeug. Kann ich den eigentlich? Ja, siehst du. Dann sind wir den auch. Analysevisier. Bionuklear. Optisches Verbesserungs- und Kreaturenentdeckungssystem. Ermögliche es dem Nutzer, planetare Kreaturen zu markieren und diese sowie entfernte Wegpunkte und Alienbauten zu identifizieren. L2 gedrückt halten. Aha. Technologie zum Installieren. Was haben wir denn hier? Ein Blitzwerfer. Energieprojektivwaffe. Da brauchen wir noch ein bisschen Eisen für. Was haben wir hier? Bergbaustrahllaser wird verstärkt um die Zerstörung des Terrans zu beschleunigen. Ach, der wird dann verstärkt. Dafür brauchen wir Titan. Darauf drehe ich nochmal ein. Okay. Äh, L2 war das, ne? Weg. Ach, Moment. Guck mal hier. 4 Waffen. Ach, haben wir nur einen Blitzwerfer. Was ist das? Granaten. Scanner. Können wir nix. Den Lasercover upgraden und den Blitzwerfer. Können wir auch. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wir müssen so einen Blitzwerfer machen. Dafür brauchen wir... Eisen. Eisen. Äh, L2 gedrückt halten. Und denn? Und denn? Zoomen. Äh. Wieso? Wieso? Ach, deswegen. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wieso ist denn der Text da raus? Was habe ich denn... Jetzt habe ich da nicht drauf geachtet. Toll. Kohlenstoff. Kohlenstoff ist gut. Kohlenstoff nicht brauchen wird. Äh, was muss ich denn... Was brauche ich denn, um den... Äh... Weg... Dinge zu reparieren? Isotop. Wie viel verbrauchen der? Warte mal. Ich guck mal. Wir haben jetzt... 205. Plutonium haben wir sehr viel. Ach, mit Kohlenstoff geht das auch. Nice. Der wird 100 machen. Der wird gar nichts machen. 25 Prozent. Habe ich jetzt alles verbraucht? Äh, 205 hat mir davon. 158. Oh, Alter. Das zieht aber viel. Ich habe jetzt... Jetzt habe ich schon jetzt vergessen. Was brauchen wir jetzt für die Waffe? Es ist gerade ziemlich kalt hier. Oh, oh. Angst. Angst. Was greift mich da gerade schon wieder an, glaube ich. Eisen. Wir brauchen Eisen. Eisen. Warte. Was ist denn da, oder? Kack, Ding. Der, was... Äh, der denn da hinten rum? Geh doch mal weg. Was ist das denn? Ach, guck mal, da unten habe ich sogar eine Ausdaueranzeige. Das ist ja ein Traum. Platin. Oh, das nehme ich mit. Oh, nee. Kann ich... Oh, nice. Kann ich so mitnehmen? Habe ich... Weg entfernt. Hier. Das nehme ich aber so mit. Ich... Ich... Ich will nur ein bisschen haben. Nur ein bisschen. Dass ich hier wegkomme. Dann kann ich euch hier nur... Ruhe lassen. Lass mich einfach... Schnauze. So, reicht das schon? Falsche Richtung. Da hin. Da hin. Da hin. Reicht das schon? Habe ich genug Eisen? Oh, ja. Wir haben genug Eisen. Blitzwerfer. Kann die Tod der anvisierten Entität nach sich ziehen. Sehr schön. Mit ER2 aktivieren. Ist der jetzt... Ist der da mit drauf oder wird? Der hat auch nur 88%. Oh, ein wenig. Blitzwerfer. Was ist denn das da unten? Ist das meine Lebensleiste? Warte mal. Die ist jetzt ungefähr halb voll. Sieht fast so aus, ne? Ja, ach, okay. Oh, was haben wir denn da? Das sieht wichtig aus. Ach, der scannt das gerade. Oh, der scannt hier die Umgebung, ob noch alles da ist. Okay. Das ist der Blitzwerfer. Macht der das automatisch? Ja, ich glaube ich... Alter, wie viele denn noch? Jetzt haut mal ab hier. Lass mich in Ruhe. Alter, voll das Land. Das ist das übelste Fragezeichen. Da muss... Halt. Halt, halt. Er hat da... Was hat er? Ankunft. Zwei Minuten bräuchte ich dafür. Verdammt war der Weg. Wo sind denn... Die Eier sind da noch rum? Ich gehe mal Richtung Fragezeichen. Wir gucken uns den Scheiß mal an da. Boah, gibt es hier eigentlich Fallschaden oder so ein Mist? Boah. Kohlenstoff. Ja. Das war ja nicht so schlau. Äh. Wie kann ich denn... Da nicht, da nicht, da nicht. Keine aktive Technologie im Multi... Was ist das? Also das ist der Scanner. Ich scanne das mal. Wie kann ich denn... Ah, okay. Was ist das denn? Nahkampf angerückt. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn wechseln? Äh. Warte mal. Muss ich einmal in die Optiones gehen? Irgendwie... Weiß ich nicht. Entdeckung. Option. Feuer. Nahkampf. Ach, auf Dreieck. Ich bezweifle immer noch, dass das so schlau ist. Deswegen jetzt hier abzubauen. Aber ich... Mach das einfach mal. Oh, ein Tarmium. Dankeschön. Was ist hier? Hier ist ein Eisen. Wir müssen das Ding ja nicht kaputt siegen. Das reicht ja, wenn wir ein bisschen was mitnehmen, oder? Vielen Dank.